Okay, dann letzte Runde, alle letzte Runde und nochmal 7 Bills. Das kommt alles nachher auf Discord eingetragen. Okay, let's go! Wir brauchen beide 50 Punkte. Was? Ich bin jetzt immer 3 bei dir. Dieser Kirito aus Sword Art Online kann mich mal. Oha, du bist ja auf Platz 3. Oha! Bring halt Scheiß drauf. Oh Mann! Ich kriege ja gar nichts geschissen! Das ist so ein Dreckspiel. Dreckspiel schlacken heutzutage nicht mehr. Das ist spielrassistisch. Das Spiel ist rassistisch. Das ist sogar noch mehr Rassistisch, du kleiner Hund. Das ist Gameshaming. Das ist ja wirklich so. Ich bin jetzt am Ende seitwärts rausgeflogen. Dieser Modus ist doch unmöglich. Dieser Modus ist so geil. Ich bin so schmuck, Digga. Die sagen wohl doch so schmuck. Okay, okay, okay. Ich hab' nichts geschissen. Komm bei Eloy jetzt mal und dann wieder sehen wir hier, der kürzelt sich. Bei League of Legends? Ah, Entschuldigung, ich suchte das Game nicht. Aber bei jedem anderen Spiel kannst du ja sagen, Digga. Ja, war nicht bei League of Legends. Aber doch, da bin ich Kürn, Digga. Ja, sieht man ja, du suchtest das ja durch. Mann, wie viele Punkte hast du schon? Ich schon und 20. Oh Mann, ich schaff hier gar nichts. Ich hab, ich kann dir sagen, wie viele Bollen ich schon hab, weil ich so oft runtergeflogen bin. Mann, wir sind jetzt aber. Gut, ja, ich hab' nichts mehr gehabt, 15. Und jetzt, Mann. Ich schaffte nicht, ich schaffte nicht. Oh, gerade so geschafft. Ja, Digga, ich wurde wieder komplett zum Himmel gestrutscht. So, tschüss. Ja, okay, gut, gut, gut. Oh Mann. Ey, das ist so ein Rotz. Okay, ich hab 30. Aber es reicht halt nicht. Aber keiner schafft das diese Runde. Hab ich das Gefühl. Doch, zwei Leute haben's geschafft. Zwei Leute sogar diesmal. Davor einer. Ich hab 43. Mann. Ich will doch das auch nur mal so gerne schaffen. So. Das war Skiflieger. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, tschüss. So, warte. Einmal. Ah, nein! Oh, Mann, oh! Ich wollte doch noch mal ne Quests hier abschließen. Ich will doch noch mal... Wird schon wiederkommen? Ja, bitte. Dann lass ich mal ein. Aber ich muss hier mal ne Quests abschließen. Ich kann's schon. Kannst du auch nächstes Mal machen, Hauke. Nein, diese Zeit. Die sind zeitbegrenzt. Die laufen ab, die Quests. Und guck mal. Ich bin über 3. Ich darf so reden. Ich hab Zeitbeginn, da steht. 46 Tage. Kannst du mal lesen? Ja, aber wer weiß, ob ich in den nächsten... Mit der Brille kannst du nicht gucken, Hauke. Aber wer weiß... Vielleicht stirbt er heute noch. Ja, genau. So siehst du aus. Wer weiß, ob ich das schaffe in den 46 Tagen. Was machst du, wenn ich jetzt auf 14.000 abgestionatee? Und der, wenn beim Lutschen stirbt, hä? Hä? Ja. Du warst nicht. Du musst nur noch machen. Der, wenn du beim Lutschen stirbt, hä? Was machst du? Ja. Der, der schlimmste Teufel. Du kannst ihn dir holen. Nein, du hast es selber. Bist du neidisch? Ich bin nicht der Bolognese. Aber du bist richtig neidisch. Sei jetzt leise und back mir eine Pizza. Ich kann sie wegen dem Backen. Kannst du nicht? Er macht dir eine Bolognese. Sein leise, Junge. Er macht dir eine schöne Spaghetti-Bolognese. Ich bin wieder mit einem scheiß Teller. So, mach Ready. Oder soll ich Salver noch einladen? Nein. Nein, ich muss die machen. Streng dich an, weil denk dran, unsere Punkte werden gemeinsam gezählt und ich möchte nicht von dir runtergezogen werden. Dann gibt es mir ja noch 800 Möhren. Ich habe auch... Ich habe 400. Guck mal, Will, 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 Wart. Das ist das Lieblings-Level von Salver. Hä, was? Wo? Ja, da kommt jetzt dein Lieblings-Level. Nein, das ist Schmutz. Das ist dein Lieblings-Level. Nur da, Schmutz. Mein Lieblings-Level ist das andere, wo ich immer... Salver, ich schlag dir vor. Du lehnst dich jetzt zurück und genießt meinen Stream. Genau. Äh! Das geht nicht alles nach deinem Willen. Hund! Äh, ich mach... Entschuldigung, das soll ich über wen nicht sagen. Ich meinte... Schlund! Ich wäre so gerne ein Hund. Sie haben Leid geliebt. Ein Preis! So hoch da mit euch! Das ist Hassliebe, ich habe schon gewusst. Ja, das hat... Das Schwein und ich haben das auch. Es ist auch was drin. Oh! Bang! Hallo! Guten Tag! Schwein ist voll oft auf meiner Pizza. Oh, shit! Schwein, man, ja, du schmeckst echt gut, ne? Auf Pizza zumindest. Da sind so böse Renauds-Terrosse. Und... 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 Ich bin... Ich bin... Ich bin dritter! Ich bin tot. Ich war mal dritter. Ich war mal dritter. Du warst doch mal mein... Pizza-Lieferant. Ah! Aua! Egal. War gut. Ja, ich bring auch noch dicke Punkte nach Hause. Guck mal, wir sind zwei da. Weil wir es können. Ja, na, warum? Guck mal, mit Salva wäre ich nur Vierer geworden. Hm. Ah, Schnauze! Salva wäre nicht mal zum Ziel gekommen. Salva wäre jetzt das Krokodil. Oh. Guck mal, Rona gefallen wäre Salva. Also, wir tun jetzt so einfach Salva das Krokodil wäre. Weißt du, von der Woche, wo Salva aber die ganze Zeit richtig lost waren, die so in einem Spiel, dieses Rollfeld. So wie der Krokodil bin ich nicht. Salva ist das Krokodil. Nein. Guck mal, hä? Da war es nachschleicht doch. Ah, Fußball. Noch nie Fußball gespielt. Das ist Spaß von mir. So, ruhig jetzt auf dem Feld. Wir sind sportliche Fußballspieler. Hör mal, das ist neuer. Sind das jetzt zweier Teams wahrscheinlich, ne? Ja. Wir sind ja sowas von perfekt. Okay, ich geh Tor. Okay, wir sind doch kein zweier Team. Doch? Nein. Ja, aber wir sind so 10 gegen 10. Das war ne neue. Ich bin Oliver Kahn. Guck mal, ich bin der Einzige mit Blümchen. Ich bin der Einzige mit Blümchen in unserem Team. Nein, da hätte ich gut gepunktet, Mann. Los, Kopfball, Rückfallzier. Kopfball, Rückfallzier. Oh no. Wo ist unser Torwart? Wo ist er denn? Ihr seid schlau, hallo? Stürmer vor. Ich hab das andere gut. Ich hab das Kockballgemer. Der andere ist gut. Oh, oh, der macht vor. Und der macht vor gleich. Ja, mach ihn. Ja. So, was ist jetzt hier los? Die Bälle sind alle im blauen Bereich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mach ihn, mach ihn. Katze. Tor, Tor. Ich hab Tor geschossen. Jetzt. Ich. Komme. Weg. Wir haben auch ein Tor kassiert. Ja. Warte. Wir haben noch eins kassiert. Oh nein. Die Bälle. Die Bälle sind böse. Jetzt. Okay. Ja, über mich gesprungen. Komm, alle drei Tore müssen wir jetzt reinballern. Komm jetzt. Rein da. Rein, die Olga. Oh, oh, oh. Fliegt da eine Bälle. Jetzt. Ja. Tor, Tor, Tor. Noch eins. Noch eins. Jetzt. Ja. Reden. Noch reden. Katze. Ja. Das war ich. Ich hab ihn reingetragen. Oh nein. Warum? Noch einer. Noch eine. Oh, danke. Unentschieden. Verlängerung. Oli und Benji. Wir müssen gewinnen. Jetzt macht doch mal was. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Moin. Oh nein. Wir machen. Oh nein. Oh. Gerettet. Alle blauen hier. Alle blauen hier. Jeder zählt mit unserer Hälfte. Alle sind wir hier. Nein. Nein. Ach nee. Da hinten wären wir fast gewonnen. Da hinten hätten wir fast gewonnen. Das war ein spannendes Spiel. Muss ich auch mal sagen. Los. Drück ready. Oh. Cyber ist das noch beleidigter. Ja. Aber das hat gerade so Spaß gemacht. Turnip. Ach. Jayden. Jayden sei du auch leise. Ich will jetzt hören, was mein Zalber zu sagen hat. Zalber. Bitte. Erzählen Sie mir Ihre Sorgen. Ach. Digger. Ja. Ich werde dir mein 10% meines Lebens schon erklärt in den Länden. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich werde hier runter gesaugt. Haha. Zu fett. Für Fortnite. So, Zalber. Was wollten Sie mir erzählen? Ihr benutzt mich sowieso als Kanonen-Futter im Fortnite. Ja, also. Ich habe mich nicht zu spielen. Zalber, was möchten Sie mir erzählen? Was bedrückt dich? Du wirst ihn als Kanonen-Futter verwenden. Und als wenn dich auch stimmt. Weil Zalber im Läden hier scheiße ist. Ey, ich bin immer noch am Anfang, ne? Digger, was? Ich bin scheiße. In Rollbox war ich besser wie Jan. Ach, komm, wieder voll geil. Deswegen in Rollbox. Ich werde dich jetzt so. Ich werde deinen Arsch doch so hart erweitern, ne? Das sind aber nette Wörter. Ich werde wieder deine Pizzascheibe danach so durchschieben, ne? Oha. Zusammengeholten. Rollo. Nee. Hat er sich nicht verdient. So was kann er sich jetzt nicht leisten. Also, so was wie Kork gibt, was kann er sich schon leisten. Oh Mann! Ich kam da nicht hoch! Oh, ich hasse das Level. Das ist auch so ein Schmutz-Level. Wie mit den Ringen. Das und das mit den Ringen. Ich möchte Fußball spielen. Guck mal, was ist jetzt denn los? Erdbeben! Erdbeben! Ja, kann man das Spiel nicht, äh... Das Spiel nicht... 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 Also, wenn du jetzt irgendwie ins Ziel kommst, sind wir wenigstens weiter. Aber ich vermute, das wird nicht mehr passieren. Hallo. Ich bin richtig... Ich bin richtig gut hier. Okay, wenn du jetzt... Eine Platte nur noch. Eine Platte nur noch. Wenn du mir jetzt über 20 Punkte nach Hause bringst, gebe ich dir 1 Bit. Oh, guck mal, ich hab mich sauber von hinten an... Ähm... Warte, wie viel bekommst du für 1 Bit? Wie viel? Juhu! Gut, ich geb dir 10 Bits, wenn du mir sagst. Ja, darf man ja nicht. Ist ja gegen die Twitch-Vereinbarung. Ja, wir dürfen das nicht. Sonst kann man gezielt, gezielt dann, äh, denken machen. Oder, oder, oder die Hicker können dann... Spiels, weiß? Okay, dann schreibst du mir gleich auf Discord. Ja, privat kann er dir das schreiben. Sollen wir aber das nicht sagen. Sonst überprüfen wir das. Jetzt beruhigen wir uns alle wieder. Es geht weiter. Ey, kommst du mir nach Hause? Wir gehen bald in den Whirlpool, ey? Oh, ja! Ja? Aber dann machen wir einen Pool-Stremen. Ja. 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 Ich hab schon... Ich... Hot... 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 Lass Hot-Hop machen. Oh, nee, das hasse ich. Was ist das? Fruchtsumme? Ach, jetzt musst du zählen. Ja, zählen. Ja, ich zähle eine, du zählst die andere. Ich weiß, ich weiß, ich hab das auf... Ich weiß, ich hab das auf YouTube gesehen. Soll ich dir was sagen? Was denn? Ich hab heute auf Strait of Things geguckt. Die letzte Folge? Schmutz. Nee, die erste Folge und die zweite Folge. Von Staffel 1? Staffel 1. Ja, ich hab das ja auch vor drei Wochen oder... Äh, nee, vor fünf Wochen oder so. Also, ähm... Also, ich zähl die einfach nie. So, ich zähl die Bananen. Zwei Bananen. Drei Bananen. Hä? Warum drei? Stimmt, drei Bananen. Drei Bananen und zwei von den anderen. So, was will er wissen? Zwei. Zwei. Ja, dann schick ich richtig. Ja. Äh, die läuft auf der Banane. Opfer! Opfer. Hier sind ganz schön viele Katzen. Guck mal, hier sind voll viele Katzen. Okay, Kokosnüsse sind vier, wenn ich richtig sehe. Fünf. Nee, vier. Von den Drachenfrüchten drei. Und von den Blaubeeren eins. So wie ich sehe. Ja. 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 Ich finde, dieses vermeide den Schleim ist mitten im Weg. Hm. Eins. Eins. Wovon eins? Von den Liganen, ne? Äh, ja, 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 die Liganen. Hm. Boah, ich befasse, man. Oh, ich bin, er ist echt gestorben. Haha, das war, Alter, gestorben, obwohl er richtig war. Okay. Eins, zwei. Äh. Okay, zwei Drachenfrüchte. Leider, der ist einfach gesprungen. Äh, drei Dreiecke. Vier Birnen. Die Dreiecke, die musst du nicht zählen. Vier Birnen. Die Dreiecke sind nur zur Verwirrung. Okay, dann vier Birnen. Die Dreiecke sind nur zur Verwirrung. Da guckt mir ein bisschen. Null. Wovon nix? Keine Bananen. Es gab keine Bananen. Ha. Da sind zwei gestorben. Ja. Qualifiziert. Schneeschieber, was hier los? Das levelt keine Idee. Was ist das? Schiebt euren Schneeball durch den Schnee. Ja, also verschieden jetzt. Halt wie ein echter Schneeball. Der muss so groß werden, wie möglich. Für den Schwein erledigen Sie Ihre Hauberkamp. Und wie lange hat er bekommen? Noch gar nix. Ach, so ein Ob. Ich hab den Stream auch erst heute angemeldet. Ich hab mein Kollege so genervt, dass er das mit mir macht. Nein, wir müssen auch durch den Schnee. Dann muss man eigentlich sein, dass man nicht weiß, wie man altfische Karte stellt. Nein, nicht wegen des, weil ich ihn will in Donäten machen. Darum hat er mir geholfen. Wir müssen durch den Schnee. Ich fand er mit Paypal und alles, dann hat er mir auch gleich das hier. Aber warum Paypal? Damit du Donäten kannst, oder was? Ja. Ja, Junge, ich durm mir da einfach auf Euro holen. Er verdient mehr als deine Mutter. Ja, ja, bestimmt. Also ich hab zwei Jobs. Deine Mutter verdient bestimmt nicht mal was. Welche Mutter? Ja, ich hab das eine. Wir sind gut in Führung, wir sind gut in Führung. Rot verliert. Nicht gegen Mama, Mama ist heilig. Ja, aber du hast gerade auch was gegen meine Mutter gesagt. Meine Mama ist Schmutz. Meine? Meine Mama. Das ist gegen Leute, die Krebs haben, hä? Ich muss niesen. Das ist nicht gut. Es tut mir leid. Ja, meine Mutter krebsst. Du weißt schon, dass das nicht her ist, ne? Ich muss forzen. Ach, halt dein Dreck hier im Mund. Ich muss niesen, aber ich muss forzen. Was darfst du gegen Leute, die Krebs haben? Warum hat Rot auf einmal so aufgeholt? Die haben vorhin noch verloren. Ja. Guck mal, wir haben schon... Wir müssen einfach den Ball länger schieben. Wir haben schon noch mal in unserem Hoden. Ja, die anderen Blauen, die stehen nur rum hinter dir. Ja, die laufen dann nur hinterher. Das ist einfach nur Spaß. In 10 Minuten bist du wieder entsperrt. Oder in 20, weil ich habe aus Versehen doppelt gedrückt. Falls du mal gebannt wirst von ihm und entbannt werden willst, geht das nicht so als Bestrafung, diese Time-Arts du bekommen hast. Weil man sieht ja, dass du die eingelöst hast. Oder kann ich doch springen? Ich bin letztes Mal nur gestorben, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich links lang gehe oder rechts lang gehe. Ich wusste nicht, ob ich links lang gehen soll oder rechts lang. Und dann konnte ich mich nicht entscheiden. Wenn ich morgen wieder hier zuschaue, bin die Mörchen nicht da? Du hast doch gesagt, dass du morgen nicht da bist. Deine Mörchen sammelst du mit jeder Minute, die du zuguckst. Und irgendwie alle 15 Minuten oder so kannst du so eine Kiste öffnen. Ja, und wenn du öfters mal schreitst, bekommst du 450 wegen fleißiger Zuschauer. Ja, und wenn du folgst, kriegst du auch Mörchen. Und wenn du Subscriber bist, also wenn du mich abonnierst, kriegst du zum Beispiel doppelte. Du kriegst doppelte Menge an Möhren, zum Beispiel, wenn du, oh shit, die wollen uns runterschupfen. Oh, Junge, Junge, ich bin nicht schnell genug. Nimm die Hände in die Hand. Nimm die Hände in die Hand, was? Nimm die Beine in die Hand, meine ich. Ich bin wieder da. Was? Mike! Ich bin neben dir, alles gut. Ich bin vor dir, alles gut. Ich bin noch Mike, Mike! Nein! Nein! Du hast verloren, du Idiot! Aber ich habe genug Punkte für uns geholt. Kein Problem. Weggehext! Och, nö. Weggehext! Macht bitte nicht so einen Unsinn, mit ganz nach unten direkt und so. Ja, na, na. Das überlebe ich auch. Kalkult, Viadrin, am Boden. Okay, ich schneide den Boxer direkt den Weg hier oben ab. Oh, shit! Oh, shit! Okay. Aber ich bin aus dem einen runtergekommen. Ja, ich sehe das. Du hast auch den... Hä? Shit! Richtig an Schuhe an zum Fliegen. Flossen. Du bist auch noch da. Wir sind beide auf lila. Danke, Biri. Oh, shit! Oh, schlechte Entscheidung hier getroffen. Oh, ich bin zwei runtergefallen. Ich bin auf Gelb, kein Problem. Ich bin noch ein runtergefallen, weil sie ein Arsch durch... Ich bin auf Gelb, kein Problem. Alles gut. Also, nichts zu gucken ist echt schlecht. Mit drei Minuten Verzögerung. Drei Minuten Verzögerung. Aha. Was macht das Schwein eigentlich? Nein, die guckt zu. Nee, weil das... Das ist dann eher. Das Schwein sollte dir eigentlich ein Time... Also, dich sperren. Das Schwein ist eigentlich eher. Wollte dich nicht sperren. Doch. Die wollte dir einen Timeout... Äh, hallo! Ich bin noch lila. Ich bin jetzt da, wo du bist. Ja. Ey, du Hund! Ich schütze dich! Wir müssen die Runde schaffen. Ich werde dich jetzt da auch nehmen, ne? Oh nein, da ist sich jemand runtergetropft. Oh, shit! Ich bin auf Gelb. Ich auch. Wegen Wehnen. Oh, shit! Ich bin tot! Blau ist komplett weg. Ich hab's aus einem Manga-Skin runtergeholt. Scheiße. Ah, ich bin auf Blau. Ja, ich auch. Und bin mit dem Kopf abgeprallt. Oh, oh! Er will dich töten! Okay, tschüss! Das war voll geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Mein Fröhnungsfreund ist kein... Der Siege! Und ist eine große Ahnung. Das warурe ist ein, was ich eigentlich für die Teil der Phone-Kartner. Und das ist ein, was ich es bin der, der PD-Schef-Kartner. Und ich bin der, der PD-Schef-Kartner wieder-äupte. Und ich werde die Ahnung, was ich bei dir bin, ist der PD-Schef-Kartner. Das war es bei mir im Segen. Und ich bin mal egal. Apfraßen ich mich für einen Teil des Films-Kartner. Ich bin da, der PD-Schef-Kartner oder den Lydia- thanks will du Careful. Vielen Dank.